Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir als CDU und CSU stehen zum Bargeld. Menschen sollen selbst entscheiden können, ob sie bar oder bargeldlos bezahlen. Und die Freiheit des Bargeldverkehrs ist für uns unantastbar. Und da ist auch die Position ganz klar im Regierungsprogramm der Union, im Koalitionsvertrag mit der SPD. Die Bundesregierung bekennt sich klar zum Bargeld, andere Regierungen tun das auch. Die Bundesbank ist fest überzeugt, Bargeld wird auch in Zukunft seine Gültigkeit behalten. Fazit, niemand will das Bargeld abschaffen. Aber ich will da nochmal auf Nummer sicher gehen. Ich sehe ja hier nur Finanzpolitiker, sind ja jetzt alle da. Also gehe ich mal auf Nummer sicher und frage mal, ist hier jemand anwesend, der das Bargeld abschaffen möchte? Also Fehlanzeige, niemand meldet sich, keiner will das. Und jetzt kommt die AfD mit ihrem Gesetzentwurf und will das Bargeld retten. Ich frage Sie, vor wem wollen Sie das Bargeld retten? Sie von der AfD, Sie führen einen Kampf gegen eingebildete Gefahren. Sie zündeln, Sie machen Menschen Angst, Sie reden Gefahren Ihnen ein, um sich dann selbst als Retter darzustellen. Aber das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Jeder wird auch künftig mit Bargeld bezahlen können. Und das hat überhaupt nichts mit der AfD zu tun. Bargeld ist Datenschutz. Bargeld ist Privatsphäre. Bargeld ist Freiheit. Und dazu stehen wir, ich denke, hier auch fraktionsübergreifend. Bereits jetzt ist Bargeld durch unsere Verfassung und durch die Grundrechte geschützt, durch die Eigentumsfreiheit, durch die Vertragsfreiheit, durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Ihr Gesetzentwurf ist daher schlicht überflüssig. Schlicht ist er auch. So, wie begründen Sie jetzt Ihren Entwurf? Sie befürchten eine Aufweichung der Datenschutzgrundverordnung zulasten des Datenschutzes. Ernsthaft? Die AfD als Kämpfer für die Datenschutzgrundverordnung, da haben Sie vor einem Jahr noch ganz anders geredet. Bürokratiemonster, Angriff auf die Meinungsfreiheit, Sie wollten das aussetzen. Heute argumentieren Sie anders als damals, wie es Ihnen argumentativ gerade in den Kram passt. Herr Keuter, Sie haben gerade gesagt, der Überwachungsstaat, der Nahl. Gleichzeitig werben Sie als AfD für die Digitalwährung Libra von Facebook. Als einzige Fraktion rühmen Sie sich, Sie seien sehr aufgeschlossen, gar wohlwollend. Sie wollen damit ausländischen Großkonzernen in diesem Konsortium blind vertrauen. Vor zwei Wochen war Libra im Digitalausschuss zu Gast. Nicht eine Frage der AfD zum Thema Finanzstabilität, Geldwertstabilität, Datenschutz, Verbraucherschutz. Das mussten dann die anderen Parteien fragen und hinterfragen. Was hat die AfD gefragt? Ob man künftig seine Steuern in Libra bezahlen kann. Wie glaubwürdig sind Sie? Sie spielen Retter des Bargelds, um dann unkritisch eine Digitalwährung herbeizureden. Von privaten Akteuren herausgegeben. Das passt alles nicht zusammen. Naja, ich komme zum Ende. Und dann stelle ich fest, Ja, ich erhöhe hier die Spannung. Und Sie haben eine... Das ist gut. Hat geklappt. Alles gut, alles gut. Kannst du gehen? Kannst du gehen, sonst leg dich hin. Leg dich mal hin. Setz dich. Hinlegen, 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 hinlegen. Ist gut. Kannst du dich setzen? Ja. Alles gut, setz dich mal. Geh einfach runter, geh einfach auf den Boden. Alles gut. Auf den Boden, geh einfach auf den Boden. Geh einfach auf den Boden. Nach hinten. Füße hoch. Ganz ruhig. Wascher, wascher. 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 craint. Wascher. Vielen Dank.